Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und Heute ist mal wieder das Spiel The Walking Death No Man's Land. Ah nein, das werden wir gleich mal starten. Runtergeladen habe ich es mir ja schon gestern. Und ja, jetzt warten wir nur noch, bis er hochgeladen hat. Ich mag das Spiel. Okay, Training abgeschlossen. Da gibt es eine bessere Waffe. Und... Glaubst du nicht mal einen Button zum nächsten rüber gehen? Okay, dann werden wir jetzt erst mal... Styled. Na, war mal der... So, jetzt haben wir auch hier... Ach, erstmal die Zombies hier killen, bevor die meine Mauer einreißen. Da muss ich noch das Set verbessern. Der Shop ist etwas kostenlos. Hier ist ein Erfolg. Sogar zwei Erfolge. Hm... Das brauchen wir uns nicht anschauen. Was habe ich jetzt noch hier? Meine Leute sind voll. Ich bräuchte einen neuen Platz. Oder ich kicke jemanden. Zwei Sterne, eine von dem Wein oder... Ne, da habe ich nur eine von. Da habe ich eine. Da habe ich drei. Da. Die wird gekündigt. Du wirst gekündigt. Warte mal. Muss man das so ablegen vorher? Na, egal. Ich glaube nicht. Will ich ja gleich sehen. Schauen wir mal. Muss man das ablegen oder nicht? Das war... Da. Ne, muss man nicht ablegen. Okay. Jetzt habe ich wieder einen Platz frei. Hierzu können wir... Hier zum Rundfunk gehen. Nein. Es ist ausgelaufen. Mist. So eine Mist. Ach, da kommen nur Leute. Und die sind noch nicht mal immer gut. Mist. 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 Hätte ich die ja doch noch nicht wegschmeißen brauchen. Naja, früher oder später hätte ich es sowieso machen müssen. Dann gehe ich meine Gilde rein. Herausforderung. Was ist das? Ach. Gildenwurm. Benzin. Missionen. Wo waren die Gilden-Missionen? Wo waren die Gilden-Missionen? Geblieben. Herausforderung. Staffel 10. Ach, sind hier nur drei Runden. Achso, das waren ja immer drei Runden. Mal, mal, mal schnell. Eine Runde. Verzcık. Verzcık. Für das ist das. Ich weiß gar nicht. Verzcık. 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 Na gut, dann nicht. Dann aber so. Dann aber so. Ah, da kommen die auch noch durch. So, das war's. Oh, jetzt muss ich zurücklaufen. Ach, ist da immer was. Jo, das war die Runde. Eine schnelle, perfekte Runde. Kein Bonus drin gewesen. Tja, tja, tja. Warte mal, gehen wir wieder zurück. Gehen wir da auch zurück. Missionen. Missionen. Hm, Kapitel 6. Oh, 15 Kapitel gibt es. Nicht schlecht. Hm. Kann ich nicht mitnehmen. Nehmen wir Sascha mit. Ich sag immer, ein Serienheld muss immer dabei sein. Ich sag immer, ein Serienhaus. Ich sag immer, ein Serienhaus. Ich sag immer, ein Serienhaus. Wir haben, ein Serienhaus. Oh, jetzt kommt die Zombie Slide. Und wo sind sie? Und wo sind sie? Zack, zack und schnell durchgeglitzt. Oh, schwer verwundet. Oh, zwei Graue oder zweimal Silberbonus ist dabei. Dann benutzen wir mal. Ja, und beide erwischt. Und dann gibt es nochmal Goldbonus. Goldbonus ist doch mal ein bisschen besser wie Silberbonus. Klar, ist ja Gold. Ja, aber eigentlich müssen wir ja jetzt schon fertig sein. Gehen wir mal in den Lager zurück. Schauen, was hier ist. Aber wie war das mit dem Gildenkrieg? Hm, ich weiß es nicht mehr. Ah, auf Herausforderung war das. Dann hat man halt hier so ein Gilden. Nehmen wir die. Eine Gildenkrieg fest. Das sind eigentlich alles Missionen, die vorher schon drin vorkamen. Das sind eigentlich alles Missionen, die vorher schon drin vorkamen. Jetzt gibt es da nicht, die wir die Kiste nicht aufmachen. Jetzt haben wir die. Und die. Das waren alle. Hm. Ich glaube, ich bleibe lieber erstmal hier. Ich setze mich hier hin. Ja. Ich setze mich hier hin. Jetzt fangen wir halt mit dem an. Perfekt. Ja, das war eine Gilden-Quest. Keine Silbertruhe. Also egal, was drin ist. Ist nicht so wertvoll. So, ich glaube, ich habe jetzt schon meine 10 Minuten. Nein, noch nicht. Okay. Aber ich spiele auch schon länger wie 10 Minuten. auch je. Ach je. So. Dann werden wir nochmal was reparieren. oder erweitern oder wie auch immer Chris braucht auf jeden Fall eine neue Waffe so, dann schauen wir uns mal Chris an überleben Chris ist so einer nee, der Chris Chris da ist Chris ach, der den brauchen wir nicht weg so 3 Nahkämpfer ok, ist auch ein Nahkämpfer ist auch ein Nahkämpfer also 4 Fernkämpfer und 6 Nahkämpfer hmmm naja, egal oh, da sind die 10 Minuten jetzt möchte ich doch erst noch schnell eine Waffe losschicken habe ich schon gemacht Rundfunk das geht leider nicht ich wollte mich jetzt den Mann holen den es gestern gab aber tja der ist jetzt schon weg na gut das war's mit Walking Dead für heute und mal schauen was morgen für ein Spiel kommt ich wünsche, ich hoffe ihr hattet einen schönen Tag und ich würde mich freuen bis dann viel Spaß und hoffe wir sehen Ciao Ciao